So! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gary's Mods Trouble in Terrorist Town. Versuchen wir mal zwei, weil Tore gerade gestorben ist, deswegen müssen wir das nochmal machen. So, wir zocken heute auf Kakariko, was ich ne ziemlich geile Map finde. Hab ich das eben so gesagt? Ja, hab ich. Darf ich das nicht mal wiederholen, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Äh, ah, danke. Jetzt aber gleich schon die Papp stand ganz viel geiler. Natürlich hab ich eben gewonnen, ja, ich hab alle, ach egal. Nein, hast du gar nicht. Ja, stimmt. Nein, ich war ja Innocent und hab gewonnen, auch. Aber ich hab Tim nicht abgeschossen. Hey, Innocent. Hey, ich bin Traitor! Ich bin Pinocent. So. Ich hab ne Pumpe. Ich hab ne Pumpe, Juhl. Ich hab ne Pumpe. Ja, ich hab auch ne Pumpe. Ich glaub Tim ist es. Ich hab ne Pumpe. Tim töten, Tim töten. Ja! Come on, bitch. Bring it. Ey. Lol. Tim. Ich glaub es war Tim, oder? Timo. Das ist ja kein schönes Sau, du. Tim geht um die Häuser rum. Zieht um die Häuser. Ich hab fünf Leben verloren. Was macht Tim da? Wird er mich verarschen? Komm on, mir drauf. Buckt mich nicht an, ich bin ich drin. Ich bin gemutet. Ich bin gemutet. In die Ails. Tim wird... F*** jetzt nicht. Was ist mit Tim los? Ist er wieder gemutet, oder will er einfach nicht reden? Ich bin... Ich weiß... Ich hab immer keinen Bock. Ich äh... Alles ist fluffig. Lol. Hier ist... Alter. Alter, ich hab ein bisschen was abgekriegt. Jetzt hab ich Angst. Ich glaub ich bring mich hier um, das ist das Beste von uns alle. Boah. Ja, ich hab den Brenz. Wo ist die Feuerwehr, Junge? Ja. Haha. Wer hat dann da geschossen? Ich. Was? Ich. Ich hab's genau gesehen. Hier ist Timo. Es tut mir leid. Well. Wir verrecken uns ja alle, oder was? Handsteckt. Handsteckt. Auch digital? Oder nur analog? Boah. Boah. Leon, du geile Sau. Oh, Timo. Torel. Torel hat da das. Torel hat da das. Torel hat da das. Tim verweig mich wieder. Wow. Oh, das geht. Bound you. Torel. Ja. Ja. Timo. Ja. Timo. 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 Hey. Leon. Timo. Timo. Leon Käsefräser halt, ne? Camembert. Camembert. Der Fräsekäse. Mon, äh. Wie ist dein super mundial? Wie ist dein Kacereso? Keine Camembert Hersteller die einfach Camembert heißen Alter, boah ist der Fernseher laut, erstmal mal leise Boah Alter, ich passiere nichts BAM Junge, Junge, was meine Mutter Warum ist hier so ein Ding? Ich bin schon vor der Geheimgang hinter, warte mal Ich kenn Zelda Das sind zwei Süße Wow, da steht auf dem Dach Es ist Timo Es ist Timo Ja der Timo Ups, ich bin in den Chat gekommen So, dankeschön Hä, wie hab ich den gerade in den Chat geöffnet? Mit Y, ne? Genau Oh nein, Tore Tore, Tore Apfel, Muus Boah, wer denn Tore ist das? Tore, Muus Ficker, ey Tore macht Muus aus, Alter Tore ist es immer Ja, weil so ein Wäsche was passiert Tadaaa Daaa Ah lol Bumbe Okay Wo war die denn? Bei, da wo die Incidentale wie am Anfang war Ja, ne, da, vor, vor Irgendwann davon gestorben? Nö, ich weiß mal nicht, wer da war Langweilig Darüber, und hier war die Da waren zu Anfang halt alle Dä Tore! Wieso bin ich das? Wieso bin ich das? Warum fangen hier eigentlich so viele mit T an? Trouble in Terrell's Town mit Tore, Timo und Tim Weg Nils Und Leon Da ist grad Ich glaub es war... warte mal Nils, warst du das? Tore! Und Nils Ich wusste es Boah! Tim ist outgetimed Hä, wieso machst du wieder eine One-Shot? Ich hab Timo von hinten weggemacht Und da kam Leon auf mich zu Und dann hat genau im richtigen Moment Tore Andi angeschossen Hab ich Andi von hinten gekillt Und dann hab ich Leon noch gekillt Das ist scheiße Wie wenig Punkte man als Traitor kriegt Man kriegt als Inno, wenn man Traitor hat, viel mehr Punkte Du kriegst glaub ich 10 oder 11 oder so Ja, ist ja auch schwieriger Ja, ist auch schwieriger, du weißt halt nicht Boah man... In der Schattenwelt Da ist es sehr schön Da 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 Mann Tim, hör auf mich die Sachen zu klauen Boah... Ich hab ne Diegel, das ist schön Ja, ich hab grad nicht geworfen Ich hab ne Diegel Ja, hab ne Diegel Ich hab ne Glocke Amagayel Da ist Tim Tim, du bist es Insidary Insidary Wunderbar Bei mir ist grad Hasne Mode Bei mir ist auch Hasne Mode Oh jetzt geht das los hier Boah Da ist Andi Andi stinkt nach Kot Und da ist Timo Und Tim Er stinkt noch mehr Kot Und ist im Wasser und er drängt sich hoffentlich Er stinkt noch mehr tot Das hat er schon mal geschafft Tim, was machst du da? Ich... ich surfe Im Internet Ich auch wieder Das ist Leon In diesem Omni... Da ganz hinten stehst du rum, ne? Ja, Alter! Tim, Alter! Wie das aussah! Du guckst so... Hä? Wer wisst's? Was ist das für ein Kranke, ey? Mit euch verkehren Tim, meine Bum... Bumpe, Junge Ich clarity Nicht Suppe Ich prezzo Ich gehe weg alles Es spielt der France Das liegt finde ich jetzt ained Für die Ja € Nerf 40 Marie Er Sinner Alta Htada Die Frames Leck Ja, ich auch grad lol ich hab auch jetzt geht es wieder jetzt geht es wieder alter was war das denn gerade aber da jetzt aber ich hab voll die lags gerade aber wenn ihr es auch habt dann liegt das ja nicht daran dass ich irgendwie meine festplatte ist scheiße ganz kurz die aufnahme moment bei mir geht es auch gerade wieder voll lags ich glaube meine festplatte ist irgendwie zu scheiße ich habe selbst wenn meine festplatte nicht voll ist habe ich manchmal echt lags beim aufnehmen weiß nicht was das soll ich hab meine festplatte einmal zu scheiße das zu verarbeiten jetzt geht es ja was für ein zufall wenn wir zweimal hintereinander traiter werden richtig verrückt total verrückt stimmt genau tim und timo laufen auch die ganze zeit raus alter alter andy guckt mich so böse an was hast du weiter gemacht was habe ich weiter gemacht ja 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 ich nehme wieder auf also und tim mach mich gleich weg du verfolgst mich doch du Anna er verfolgt dich war du bist auf der mauer du bist auf der mauer auf der mauer sitzt ein kleiner tore ne sorry ich sitze an der mauer ich könnte dir Brandi von hinten weg machen Tim geh weg du bist die mauer auf der mauer ist eine kleine Türe nein Mann Tore war bestell ich will irgendwo Mann ich darf da nicht lang ich darf da nicht was sollt ihr denn ja 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 hier auf die Eier gehen Tim du musst sein Sklave du bist die hopf du bist die niederen Räste boah ich schieß gerade Blumen weg was geil ich schieß blumen weeg ich schieß gerade Juden weg oh oh ich hab das verstanden Oh nein ich hab wieder lags Alter ich habe auch schon wieder lags ja immer wenn ich lags habe TIM Hallo TIM ist das TIM Tim nei ich hab ihn wo ist Tim Ich habe ihn, ich habe ihn. Oh Mann, ich wollte ihn auch töten. Warte mal, ihr beide habt es halt proven, ne? Ja. Also muss ich jetzt gegen... Okay, und warte, gegen wen muss ich denn? Also wer ist der, wer lebt denn noch? Leon. Leon? Das ist Leon. Okay. Also, ich, also... Andi kann jetzt nicht verfolgen. Ah, Leon! Oh, ich hatte recht. Boah, ich musste nachlernen. Oh Gott. Du hast ihn krass konfrontiert, konfrontiert. Ja, ja. Meine sind doch drei Leute. Was soll ich denn machen? Leute. Boah. Ich mag die. Alter Timo. Ich sterbe davon leider nicht. Komm mal hinter dir. Wir können deinem Blut baden. Ey, das ist der absolut scheiße. Ist das eigentlich meine Leiche, Timo? Leitenschädung. Tim, was machst du denn? Oh, jetzt ist grün. Das mag ich lieber. Ich auch. Nein, die Schattenwert ist wie geil. Ich kenn mich aus, ja. Voll der Emo bist du doch einfach so. Ja, vielleicht. Boah, ey, ey, wer ist denn das da überhaupt? Timo, äh, Timo? Ja, nur Emozuschauer und die fühlen sich jetzt alle beleidigt. Hä? Ich kenn keine, ich kenn keine Schrotten. Timo. Achso, achso. Stimmt. AUG hab ich auch schon lange nicht mehr benutzt. AUG. 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 Ist dir das klar, Mama? Wow. Wow. Incidentally, glaub Tim, er ist es. Das ist der Grund. Du könntest doch nicht direkt vor einem, das hatten wir letzte Runde schon, du könntest doch nicht direkt vor einem mit der Pumpgun schießen, selbst wenn du in die Luft schießt, das ist doch völlig nebensächlich. Auha! Noch einmal und ich mach dich weg, ehrlich. Das ist ne Ansage. Was kommt da? Mir gefällt die Folge grad irgendwie nicht, was das rumgeleakt hat. So, hier sind ja auch Phasen. So, hier sind keine Phasen. Was ist das denn? Achso, du bist der Stalker. Er will dich glaub ich töten. Wenn ich eines Tages mal Link to the Past spiele, dann werde ich die Map einfach kennen, weil wir das hier machen. Das ist nur eine verschissene Stadt. Jaja, mein ich ja auch, Kakariko. Was? Hallo. Du willst mich verarschen? Was ist der? Er kommt da an, Alter. Mach dich weg! Du, 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 du. Sehr überzeugend. Ah, Iels. Mama Tatlnlamban. Ich leuchte dich, Andi. Blup, 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 blup. Tim, hör du auf, du guckst mich auch so böse an. Du, du, du. Andi. Meine Finger sind grad irgendwie voll kalt, ich weiß nicht warum. Das ist wirklich ärgerlich. Du hast deine Hose stecken. Du hast deine Hose stecken. Hahahaha. Hahahaha. Ups, ich bin... Oh, ich hab grad aus Versehen geschossen. Hat sie auf die Hose gekommen. Also hast Andi proven. Achso, Tura hat sich nicht so wirklich gefallen. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh. Ich hab direkt neben dem standet davon Eidah in. Ja, weil Andi war zu Fissnis. Mann, ich wollte einfach Andi wegmachen. C4, press E to Arm. Hahahaha. Loll. Tim, verzieh dich. Er hat den C4 nicht mitgenommen. Du kannst dich auch mitnehmen. Ja, will ich aber gar nicht. Alter, geh weg. Soll ich mal ausprobieren? Ja, geht weiter weg. Ja, ich auch eigentlich. Ja, weg. Er ist jetzt mit. Hahaha. Verzieht er sich. Tim, gib mir den C4. Ich bring dich um. Das heißt Tim. Bam, 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 bam. Ja, gerne. Loll. Piu, 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 piu. Ich arm die jetzt, ne? Tore. Ich arm die jetzt, ne? Nein, Mann. Gehen alle weg. Ja, okay. Gehen alle weg. Wer fehlen hier eigentlich? Wir sind hier nur zu viel, glaub ich. Das wär gut. Moment, Tore. Können das nicht so Traitor? Oder können das alle? Nein, das kann alle. Ich hab so ein Verdacht für Tore. Du kannst auch, ähm, das hab ich schon mal woanders gesehen. Ja, Tore ist bei mir. Ja, ich weiß nicht. Ja, du kannst auch mit einem Inno-Center irgendwie ne Jihad oder so geben. Er stinkt nach Bier. Hier ist Andi, aber der ist approved. Hier auf Spiel greimt. Hier ist die Ocarina of Time. Keine Ahnung. Tore ist immer so ne Stimme. Dann denkt man immer, das ist Tore. Ja, ehrlich so. Tore, Maury. Echt so. Nils geht hier schon so cool lang gerade. Nils bist du grad kurz gelaufen? Wie geht das denn? Hä? Ich bin gelaufen? Also so langsam. Ich kann gehen. Ja, gehen. Oh. 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 Ich sag sogar noch, ich ahne, das hätte, dann geht alle weg. Oh. Wir müssen. Ich war in der Mitte. Ich war in der Mitte. Ich war in der Mitte. Ich mach jetzt alles weg. Ich mach jetzt alles weg. Oh Tore, bitte beruhig dich. Nö. Oh nein. Ist alles gut. Oh, ich bin die. Du könntest darüber sprechen. Oh. Ich mach jetzt alles weg. Oh Mann. Komm her, Tore. Komm. Komm. Tore, raus aus CTT. What's up? Oh, Alter hat's wahrscheinlich auch... Das ist wieder dieses so unrealistische... Boah ey, Tore ist voll Kacke. Nimm die mal raus. Tore, weißt du was? Tore, weißt du was? Tore. Alle sind voll cool außer Leon. Er ist voll scheiße. Komm her. Genau. Schmeißt Tore raus, ihr Wichser. Schmeißt J raus. Äh. Genau. Meine Achseln jogen. Ich bin nicht im Trailer-Menü. Da ist Andi. Da ist Andi. Die Achselwisser. Boah. Ich schütze dich. Boah. Tore ist da sogar, ne? Tore, wir jetzt Andi gehen. Ja, Tore. Ja, Tore. Aus. Das Problem ist, hier wird mir Minuspunkte hoch. Ja, ja. Andi, ich kenne deine Absichten. Und Andi ist wahrscheinlich ein Schwelter erwartet. Läuwe. Alter, Tim! Ich sag dir, was ist denn da so schwer, wenn ich zurücklaufe? Das bin ja ich. Alter, Timo. Nein, war das gar nicht. Alter, Andi, Alter. Wir beiden wichsen. Andi ist das, alles klar. Er hat gesagt, Andi ist das, ich mach Andi. Ja, komm her. Ja. Ey, lass das machen, Tore. Ach, der macht das jetzt echt Tore. Ich verfolg dich. Ich verfolg euch. Tore, verfolg dich. Tore, verfolg dich. Wir sind nur ne Jihad-Sünden, Alter. Tore, hüpft. Ich bin hinter Tore. Der darf ich echt wegknallen, der Wichser. Ui, ich bin schnell aus. Eine Bombe gehört, glaube ich. Wo? Wo ist sie? Da. LULL! Er ist weggeflogen. Ah! Was ist denn mit dem Traitor los in dieser Runde? Was war das? Was? Wieder da? Ja, was? Wow. Ja, komm her, du Wichser. Schlaue Traitor heute unterwegs, ey. Ja, hinter dir, du Affe. Nee, das war jetzt kein Scheiß. Wer hat denn den weggemacht? Sag mal, du. Mach keinen Scheiß. Ja, die Jihad war das doch dann. Ich glaub, Andi ist das. Oh. Ich glaub, Andi ist das. Ja, komm her. Weil Andi die ganze Zeit mit ihm rumgelachen ist. Mach nicht, wenn wir nur weggehen. Wie so ein Wichser. Hey, ist der jetzt einfach so gestorben, oder was? Jetzt wissen wir, wo ein Typ gestorben ist. Ja, ist Tim auch an der Jihad-Bombe gestorben, oder nicht? Ach so. Glaub ich. Hab ich nicht gehört. Ich schon. Das war ziemlich in der Nähe. Hier liegt er. Ach, und da ist keiner mit gestorben, oder was? Nee. Nee. Ja. Aber nee, ist das schon so stark. Klar, das sei aber. Wache. Ja, wieso? Der hat mich koppig. Ich hab gesagt, es ist keiner bei sich vor. Und dann Hammer. Ich glaub, Andi ist das herzig. Hat die Pumshot gegangen gemacht. Ich komm doch her. Schieb. Warum die ich nicht aufzütteln willst du sein? Hast du so ein Leichenzwecher? Ich behalte Andi im Auge. Ich behalte Andi im Auge. Ich behalte Andi im Auge. Was machst du denn da? Lol. Tim, komm her. Timo dreht komplett am Rad, ey. Alter, scheiße. Leute. Tim, warte. Okay, er hat nur in die Luft geschossen. Der hat da gerade geworfen. Wir haben diese Bäume hier in der Händewelt, andere Texturen. Ich hab' nicht. Lol. Alter, der hat mir eine gegeben, ey. Ich brauch' keine Waffen. Ich brauch' nur Tim. Aber was denn? Der klatscht dagegen, die eine gegen die Sterne. Was? Wo klatscht der gegen? Der hat das Kind. Alter. Wenn du mich damit abwirfst, ey. Tim, Alter, sag doch was. Soll. Soll ich dir meine gegeben? Ach doch. Ja. Ja. Ne. Mann, jetzt vermisst du dich, ey. Och, Mann, ich hab's in den Finger, Andi die letzte Schlacht zu geben, ne. Aber Andi ist natürlich nicht Traitermäßig genug. Ah nein. Traitermäßig. Timo. Alana. Ich hab nur Spaß mit Tim, ja. Iiiiih. Aber eigentlich. Tore, 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 Tore. Hey, Tim war doch schon einer. Wir beide, einer ist doch schon tot. Ja, weil, weil Andi nur ne halbe Portion ist. Ich auch, oder was? Aber wie Tore die ganze Runde schon sagt, ich mach' dir Nils weg, ich mach' dir Nils weg. Ja, trotzdem nicht. Dann ist, dann ist Andi Traitermäßig, wenn er mich wegrast. Tim bekommt ne Wasserbeerdigung. Ich trau' mich, ich trau' mich ja nicht Tore zu verdächtigen, weil dann... Warte. Wird's wieder böse. Ja, das verdient. Wow. Oh, Andi hat's gesagt, auch wenn's ein schlechter Mensch war, warte ich. Oh, Tore. Oh, Tore. Oh, Tore. Da schwimmt er. Wäre cool, wenn er zu langsam den Wasserfall so runtergeleifen würde. Ich geh' jetzt mal... Okay, ich geh' jetzt mal weg. Und sobald irgendeiner gleich stirbt, weiß ich, der andere ist es. Oh, Budi, von dem ganzen rumgeballert. Die Zeit ist gleich vorbei. Ja, Zeit ist gleich vorbei. Timo ver... Timo, sei schon Nils? Wo ist denn Nils überhaupt da hinten? Nils ist da hinten bei Tim. Ja, wo bin ich? Der verpisst dich schon wieder. Der hat Angst. Ah, ich guck mal kurz. Ich bin Viertel vor 10, ey. Ich muss schon lange im Bett sein, ey. Wer verpisst dich da gerade? Leon. Hm? Ja. Ich glaub' Andi... Ich glaub' Andi will mich jetzt umbringen. Du wurde abgeballert. Scheiße. Aber wer war's? Nils oder Timo? Nils war das. Hä? Wieso? Ich war das nicht. Ich hab' dir nicht umgebracht. Leon, ich sind froh'n. Alter, ich hab' dir nicht umgebracht. Ja, wir waren woanders. Du hast gerade ne Waffe gewechselt. Wollen wir einfach... Wollen wir einfach beide umbringen? Wollen wir einfach beide umbringen? Guck mal hier irgendwo. Aber Timo ist verwundet. Ach Nils ist weg, ey. Alter, Timo, sieh's auf nicht. Ja, weil du's bist, Alter. Ohne Scheiße. Ah. Ne? Oh, Timo, die ist so blöd, ne? Ich hab das Erste, meine Cheers. Boah. Ich muss die Folge irgendwas mit dummen Traitor oder so nennen. Ich muss zu Tim was auf. Ihr seht mal schön aus. Oh, ja. Oh, ja. Ah, ja. Ich bin schon gleich raus! Tim, ich fasz dich raus! Verspiel ich ab 18! Wir brennen zusammen durch, nein! Wie viel an ist das Spiel eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Es liegt wieder, jetzt ist wieder langweilig. Ab 16? Ich glaube ab 16. Echt, ab 100 weißt du, ich blüfe Opa. Ah, Tim ist wieder tot. Jawoll! Tim, join schnell nach! Schafft er doch, oder? Locker! Hier nicht! Ja, glaub ich nicht. ja da hat er es alle eine große glückliche Familie ich freue mich schon so, yes Traitor, ne, und dann ne Ultimate, ich bin nicht selbst wie in Luft like a real terrorist ba 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 ba, ich höre es mit dem Schwester aber ohne keine Pistole, was ist hier los? ja, ich höre es mal ganz wenn ich Nils einen Killen sehe, und wenn ich genau Killen sehe, dann habe ich aber Angst, dass Nils es doch nicht ist Mayonnaise Timo, Timo rennt einfach jede Runde ne Pam, aber Timo rennt mit der Pam Mayonnaise ist ein Instrument oh ich habe ne Diegel, sehe ich jetzt erst Timo ist hinter mir, Timo macht mich gleich Niiiits Timo, mach mich mal, komm schon hoch, bist du tot ich komme, alter komm doch nicht hoch Du eigene Verteidigung Moment, ne 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 Nein, keine Huge Timo rennt mir immer noch, ja willst du mich verarschen im Spiel? Dankeschön ich will mal ein Bistrom hinwerfen Anni, du bist so'n Wichser Anni, du bist so'n Wichser Timo, Hilfe Hilfe Hilfe, Hilfe Ich habe Angst vor Timo Anni, hallo 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 Ey, ich habe eigentlich gesagt, ihr Leo kommt stirbt Was ist jetzt dein Ding? Na komm, ich komme auch hoch Okay, Andi ist tot Andi ist tot Ja genau, ausschlechtet ich, ne? Tora, hast du ne USB? Ja Kann ich sagen so'n Timo ist hier Nein, Timo ist hier oben Oh Hey Tora, nein 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 Hallo, Andi, ja Alter Du hast in mir freigeschusst Sorry, du geiler Ficker Indy Barrel Da war dir dein Hinterteil ab Indy Barrel Loll Vollenschuss Alter Wer war das? Ich glaube Andi war das Ich bin im Urinner geklatscht Ich weiß nicht, wie mich trauen kann Ist der tot? Ist irgendwer tot? Hallo Da liegt glaube er Ja Ja, der war nicht Andi ist tot Das ist Andi ist da Ich hab Andi vergerotzt Andi war Taylor Ich hab eine G-Hard-Bomb gekriegt Scheiß Leon, lebst du noch? War nur ne Leiche Leon, lebst du noch? Hm? Ja Ok Also aus meiner Sicht gesehen Timo oder Leon Ich hab eine G-Hard-Bomb Gib sie mir Dann bring ich einen von den beiden in der Luft Und du kannst den letzten töten Du guter Wichser Tim, ich hab mich wieder verkackst dir, ne? Ey, und dann spring ich dir einfach in die Luft Ich meine, du hast nichts zu verlieren Und wenn ich später wäre, würde ich das nicht machen Dann hätte ich ja verloren Jetzt denkt da drüber nach Andi, so bist du Entschuldigung, meine Mutter war gerade drin Ja, ich bin in der Mitte Ungefähr Ja, also hier Tim, Tim, Tim Ich hab gesagt, wo Andi lang läuft Also ich weiß nicht, ob das für euch Pusen ist Hey Jetzt gib mir den noch Wir hätten den umgebracht Tim, Tim, ne? Tim, Tim Gib mir die halt Kommst du jetzt da? Also es ist eigentlich Leon Ok, dann sucht sich jetzt Leon weg Wer ist da hinten? 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 Oh LOL Ich komm nicht aus dem Scope raus, ey So ne Scheiße Boah, echt keinen Bock, Alter Boah, Tore, Alter Tore Ey, Neil, Tim, genau, gar nicht viel Punkte, Alter Mein Arsch wackelt voll geil rum gerade Mann, ich werd auch immer als... Ich werd immer als erstes gekillt Er ist das so richtig Ja, das war bei mir letzte Runde aus Woah Hör dich einfach an, die mit einem Schuss weg, oder was? Boah, du bist so geil Das war nicht mein Head Oh, wie hast du... Timo, wärst du eigentlich aus der Entfernung mich so geil getroffen Hatte ich da gesehen, dann bin ich da herangekommen Ich hab... Ich hab... Doch hab ich, aber immer daneben Und ich kam nicht aus dem scheiß Scope raus Das dauert so ewig Ich will lieber so gedrückt halten, das ist viel geiler Zum Zielen, aber das geht bei diesem Kackspiel nicht Nein, ich hatte diegel Die Gitarre Ist das schon die letzte Runde? Ja, ist die letzte Runde Da, da... Noch ne Folge schaffen wir eh nicht, ne? Oder? Vielleicht auch Lass doch mal noch ne Map ausprobieren, ne neue Dann können wir ja... Alleine spielen! Leon Pamm-Pamm, wo ist hier ne Pamm-Schrotiker denn? Ah, hallo die jetzt! Ja, hallo die jetzt! Die Mike ist von dir! Geh weg! Ey, Jungs, gibt dir noch ne Pamm? Oh, aber die können noch ne Pamm-Schrotiker Was macht denn da Tore? Nein, ich guck hier grad, was hier so... Ich will ja Fire! Ach so! Du guckst... Ja... Massive Fire! Boom! Das ist ne Incidary Ich weiß, ich geh auch gerade weg Diegelmama! Mhmmm... 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 Fliere Alter! Er hat ja verlaufen, ey! Er hat ja nicht ges... Wer hat mich überhaupt nicht mehr gelaufen? Ich krieg hier nur ein bisschen lang, keine Sorge Wo denn? Wir sind Dary Alter, wenn ich jetzt... Ich könnte jetzt voll gut abgeballert werden... Los! Ich hab auch schon ein Schaden! Ich hab auch schon ein Schaden! Okay... Hallo Andi! Du hast geblutet! Und hier! Und hier! Weil du die Disco geworfen hast, du Bongo! Hab ich gar nicht! Timo! Ich hab den Crowbar! Ja, du Arsch! Ja! Ich will dich nur wegschubsen! Verdammt! Das geht glaube ich gar nicht! Wer schießt denn da schon? Andi schießt auf mich! Ich mach jetzt Andi weg! Ich schieß nicht mal auf dich! Ich erschieben hab! Das ist ein Ring in meiner Privatsphäre! Das ist ein Ring in meiner Privatsphäre! Wow! Weil Andi, ey! Tore doch keine Angst! Einmal noch, ne? Und du bist tot! Ich glaub... Andi provoziert das! Irgendwer hat... Irgendwer hat Angst! Toro brennt! Toro brennt! Toro brennt! Ich will dich löschen! Geht nicht! Ja, war das! War das ein Flaregun? Ja... Muss ja! Ich weiß... Denk mal! Der kann ja nicht so bleiben hier, oder? Der hat mich fängt zu brennen! Der Sniper drängt! Irgendwer hat auf mich gesnipert! Alle sind hier fangt! Ich hätte gerne mal ne geilere Waffe! Ich hab die Scheiße M16! Alter! Alter, Andi! Irgendeiner hat auf mich geschossen! Dieter Bole! Hey Tim, wo bist du? Die Kohle! Die Kohle! Die Kohle! Die Kohle! Dieter Bole hat bestimmt auf dich geschossen! Hallo Timo! Ciao Tim! Timo bist du Proven! Ich muss dir mal sagen, Nils! Immer wenn du... immer wenn ich Traitor bin... Stellst du die Richt... Theorrrrrrrrrrrr... Stellst du... Stellst du mal die Richtige Theorie auf! Dem sagst, dass ich jetzt bin! Ich blick mich nicht an! Ja, hast du erst mal gesagt! Irgendwie, das sind Timo oder Leon! Und ich war's! Ich bin auch... Ich bin trugen! Ich bin trugen! Ich wurde angeschossen vom Traitor! Ja! Mit ner Flair! Das war nicht mal! Timo findet das... Timo ist doch übrigens jetzt Freundschaft... Ich dachte auch schon! Ich komm ja auch ein bisschen! Timo! Timo! Bring mich um so, Alter! Ohne Scheiße! Ich war das nicht! Alter, Alter! Das war Timo! Wie! Andi, du hast geschossen! Hä? Ich hätt einen Even! Wo hatt ich mal einen Schaden gekriegt? Alter! Ich hab Andi weggerotzt! Ich hab Andi Dinges gewonnen! Alles klar, Tim ist es! Alle weggehen! Alle weggehen! Alle weggehen! Ja, ja, ja! Wenn... Alles klar, Tim ist es! Darf ich Tim umrotzen? Okay! Nils war's! Ich hab die... Mann, du bist so dumm, Alter! Nein, das war der Falsche! Das war der Falsche! Ich war's! Tore war's aber... Timo war's aber auch! Egal, ey! Ich hab Tore und Tim angezündet! Ich hab nur zwei gesehen, Nils! Ich verbrenne alle Leichen! Ich verbrenne alle Leichen! Das erste Mal dachte ich, ich hab Tore nicht getroffen, weil er nichts gesagt hat! Alles klar! Oh, Junge, hat das Spaß gemacht! Die Runde ist vorbei und ich freu mich auch! Spaß gemacht! Oh! Boah, Tim, du bist so ein Munger! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Tim, wieso schießt du den auf mich? Ich hab dich einfach nur verwechselt! Timo schwebt bei mir voll gerne in der Luft! Oh! 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 Timo ist weg! Okay, bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao! Tschüss!